Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Heute wollen wir einfach mal ein paar Kämpfe machen. Vielleicht können wir sogar mit einem leiser Ton ein bisschen versuchen wir mal einen neuen zu pushen, weil ich da immer war. Ich kann es nicht mehr auf den Koffeln nehmen. Ich kann die Koffeln nehmen, aber das ist möglich. Ich kann es nicht mehr auf den Koffeln nehmen. Ich glaube mein Tablett wird abstülsen. Nee, bitte nicht. 3%? Doktor, wird der Patient dies übergeben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Er hat noch 2% überdacht. Er hat noch 2% Angezackt. Okay, das war's dann mit dem Video, oder? Tablett. Ich hoffe es, es sieht ganz doll raus. Wir wissen es schon nicht. Was sagen wir uns nicht? Nein, ich erhall mich. Ich erhne mich. Ich erhne mich. Ich erhne mich. Nein, ich erhne mich. Nein, ich erhne mich. Ich glaube ich. Was ist das? Oh, wo ist es? Es wird so ein Wundervolls mitgeführt. Wir sind ja. Wir sind ja. Wir sind ja. Ja, ich bin ganz sicher. Ich bin ja. Ich bin nicht mehr. Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Okay. Ich bin gerade nur noch unter. Oh, nein, nein, nein. Den letzten Zusegucken. Ja! Gutes Spiel! Ja, Mann! Erste Kampfer, Mann! Ja, Mann! Das war schon in Arena 9. So ein Gumpfer, Alter! Und, 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 und. Das ist so ein Gumpfer, Alter! Und, 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 und. Ach, die Ache steckt wieder. Also, klar, dass es nur eine Silbertruhe ist. Aber... Ach doch, doch! Das ist doch nicht möglich! Doch! Nein! Oh! Goodbye, my mother! Ich glaube, auf meinem Handy... Ich glaube, auf meinem Handy... Ich glaube, ja, ich kann es mal... Ich will da was gucken. Mein... Sozusagen erster Account... So, jetzt! Können wir nicht losen. Mach mir noch... 1, 2, 3, 4... Ich helfe nicht. Mal gucken, ne? Ich such mal eine kleine, wichtige Botschnitte. Ich hab auch eben in einem Livestream... in eine... äh... äh... Zinschuh... bekommen. Und weil es so... Unkondition war... und äh... was Falsches gedrückt hab... hat er ein Stückleichtchen gelöscht. Auch denn das! So, das ist jetzt mein... äh... ...so mal Junge... und ich... ...und die nächste... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn sie nicht... ...ja, wirklich... Ich bin... ...wenn ich... ...hab... ...aber ich hab... ...meda ligne... ...zu... ... die Nummer... ...äh... ...eh... ...ä... ...ausgeteilt. prend... Danke. Arrrrr! Oh, thank you. Das ist auch sehr gut. Vielleicht ist das die Karte nicht. Wir sind die Karte. 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 Oh, shit, Alter. Der hat so frisch gekassiert. I-ter-brief. Ob der jetzt schon mal nehmt? Yay, mein Tor wird gut umgehen. Der hat so frisch gekassiert. Tata. Hä? Wie? Wie konnte der denn noch einmal abfeuern? Dein Zimmer wollen nicht. Nee. Wie? Ich hab' gleich mal. Ich mach' gleich malen. Hm... Und ich besser sehe, dass ich auch ein Zehen bekomme. Ich brauche neun Elektrieren. Was mache ich damit? Spiel! Ja, ja, ja. Eigentlich brauche ich die Spitze zu erinneren. Ich sppreche gegenüber einemoto Bodyπως. Einmal ein 아직es Ähnliches, also ein unterstützen herzlich. Eigentlich... Wie fühlt man sich? Goodbye, my tower! Goodbye, my tower, Frau! Weißt du, man macht aber das hier. Und es ist heute nix hier. Wie übt man sich auch? Hier ist jetzt hier... Und... Jetzt machen wir so. Und jetzt wird es noch mal von Felix hier kommen. Und jetzt machen wir den Papp Hex. Möse Hex. Wow! Schöne! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 genau ich weiß nicht wo ist mein angebot sagt ob ich mir das super magietruhen angebot holen soll schreibt es mal bitte in die kommentare damit ich weiß ob ihr wollt dass ich damit ein ich bin ein schlauer mensch ich sag so ich bin schlauer mensch ich möchte sagen machen und freit und danach war es das schon mal damit aufhören und ich habe mich einfach mal einen anderen steck das funktioniert glaube ich ich habe gerade einen stuhl da kommt mir am rücken weh weil draußen ist es im moment sehr warm und ich hab halt nichts anderes auf einmal wieder spaß und der feuerbein war richtig geil versetzt und eigentlich ging der noch der ging sogar noch goodbye my love goodbye my love ja 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 lept, 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 lept ich bin so und ich bin so eine bisschen beleuchtet ich hab das kann nicht nur ich bin ich bin oh Gott alter ich muss mich einmal kurz vorbeugen No homo oh oh wow ja funki ist das denn die 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 Boah, das kann doch nicht wahr sein. Nee, Alter. Nee. Alles gleich. Was? Wie war das denn schon gemacht für deine Arbeit? Gestern noch 100 Pokale vor Arena 9. Und jetzt? Das ist mies. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.